Willkommen auf meinem größten Kanal. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen in die Horeus und wir zusammen in die EVIL ROOM How to play How to play Keine Ahnung, was es hier geht Hallo? Spiel? Ich bin mal Single-Player Loading Ich weiß nicht, irgendwie Es ist alles heute so langsam Ich weiß auch nicht warum Keine Ahnung Loading Loading Boah Boah Gott Ich bin aber schnell gerannt What? Boah Ich renne hier mal ein bisschen Weil ich mal vorwärts komme What? Was ist das? Was ist das? Was für eine Optik hier? Was? Was war das für einer? Ja Der legt mich am Arsch Was ist das? Jesus Leute, ich habe ein ganz böses Gefühl Geil Was? Was ist das? Ich bin ein schöner ich liebe ja diese sprache was ist das latein so dieses düstere so sowas auf sowas stehe ich lädt kein schwarz weiß mehr hallo geht sehr gut was Ach du Scheiße. Was? Hand. Oh, holy moly. Was? Bisschen was von PT oder so, he? Bisschen. Vorwärts, rückwärts, geradeaus. Wer ist diese... Ich springe in den Tod. What? Oh, my God. What? Das ist doch... Jeff the Killer, oder? Oder ist das falsch? Das ist doch Jeff the Killer. Hallo? Von dem Spiel... Oder ist das... Bin ich jetzt total falsch? Ich kenn mich ja nicht aus, wieso? Hab ich aber eh keinen Plan. Loading. Was ist... Verwirren, da geht's ja wohl nicht. What? Was? Is there one moment in time? What? Final level? What? Wir sind schon im großen Finale? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich find das weh nicht. Jetzt kriegen wir doch mit Sicherheit ne Waffe. Hä? Ich kann aber nichts nehmen. Wave one. What? Ich kann aber nichts nehmen. Huh? What? Was... Wave one? Malipack? 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 Kann ich auch nicht nehmen. Hä? What the hell? Und wieso steht hier Exit dran? Malipack? Muss ich das jetzt kapieren? Kill Demon Boss? Ja, toll. Na, herzlichen Glückwunsch. Wie soll ich denn das machen? Wie... Ich kann ja keine Waffen nehmen. 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 Ah, ha, ha, ha. Ah, jetzt hab ich sie vorher, Mann. Ah. Ah, ich kann ja wenigstens. Das ist auch immer für die Gange. Danke, Mann. What? 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 You want to manipulate? What? Oh. What? Why did he do... 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 Ich weiß aber nicht wie. Ich glaube nicht, dieses Spiel macht mich krank. Was muss ich denn da machen? Ich habe keine... Ich habe keine Waffe mehr. Wo ist die beiden anderen Waffen hin? Game over. Kein Kommentar. Ja, Freunde. Das war Evil Room. Ihr könnt es gerne selber mal spielen. Wie immer alles in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch direkt herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Auf meinem hohen Kanal. Lasst mir doch gerne einen Like da. Da freut sich drüber. Ansonsten genießt das Leben, wenn ihr auch live habt. Spaß miteinander. Verhaut euch nicht. Und... Falls ihr mich unterstützen möchtet. Da unten steht ein kleiner... ... Nein. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Es funktioniert heute gar nicht. Ich finde hier einen kleinen Link in der Videobeschreibung. Ansonsten... Falls ihr auch kein Abo habt. Einfach so ein Caption drücken. Press den Held-Button vor Subscribe. Leute, tut mir leid, ich bin euch total konfus. Ich glaub, das ist das Wetter oder so. Ich weiß es nicht. Das war also Evil Room. In diesem Sinne. Dankeschön mit Öl und Fingerdinger-Rotz. Euer Rotzdinger-Regner. Sagen Sie und Goodbye. Enjoy your life. Konfus.